hallo liebe leute herzlich willkommen zu meinem neuen diesmal kleinen video da ich leider probleme aufnehmen hatte musste ich das jetzt ein bisschen kürzer machen sind zwar jetzt nur insgesamt acht minuten aber hauptsache ein bisschen was ich hoffe es gefällt euch und wir sehen uns dann beim nächsten video bis dahin so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.